dann geht es los ein letzter und zwar der nächste wird in dem fall wo es wein der für wüste luke verfolgen nach unten links ob ich schon schlitz 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 einfach gestorben die richtung stimmt anscheinend hat schon ein halbe leben acht auf einer rechts theoretisch aber das schöne direkt die loma mal los muss wie einer jetzt nach oben welcher machen na der stoffen kopf soll mit ruhe er rennt uns noch aber langsam langsamer kolleg oder uff anscheinend klasse ist in die gleich geht vielleicht ist der computer zu schwach naja vielleicht nicht jetzt die nespresso tasse die mine gpu in gerader linie hat er hat er nicht schwach profi tipp ist genau die richtige höhe ist genau die richtige höhe er war mal wenn es nur drei prozent sind wir haben eine 52 verletzten mal ja ich habe nichts mit mit ist die schwefel jetzt warst du an du hast den ding da nicht mitgenommen oder was ja der andere erst durch netter kupfer kupfer keule sondern durch das kupfer schwert oder ja ich habe da die verstärkte oder sind wir bei der wolfshöhle und scheinheit hat vom werk her schon aber nicht am ziel irgendwie jetzt navigationsgerät hat wohl gespinnt versagt jetzt sagt es aber wieder haben ja es hat schon passt aber wahrscheinlich auch ein jesli witt kann man nicht also mit halbem leben ich glaube einzeln kommen sie normalerweise nicht oder habe ich vorher nicht haben wir hoffen am geschändeten friedhof sind wir jetzt haben wir davor irgendwas klären können Ich würde es bedenken, dass ich 27... Ja. Da hände ich so nenne. Ich weiß, was gut so ist so cool. Ach so. Ah, das war die Truhe. Hoppala. Was? Oh, da noch ein bisschen weiter schauen. Ah ja. Ah, da ist er schon. Da ist er denn. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite noch zuerst checken. Du bist schon da nicht voll, oder? Ah ja. Waren wir mal kleiner. Aber da sind nicht zwei so Kollegen. Und du da für ein Beyblade-Move? Das ist mit Schwert. Ich habe das verstärkte Kupferschwert. Ah ja, stimmt. Ich kämpfe mit dem Schwert. Bye. Ah ja. Oh, das ist jetzt eh gut für die Paare, die da stehen. Ja, die tun ja schnell... Oh, Dreck. Sollen wir... Ah, oder ist es eh alles im Schatten? Ich schau grad mal. Ja... Schaut schattig aus. Bis jetzt. Ich glaube, es ist eh alles im Schatten. Manchmal können wir... ...nur so paar pullen. No. Nevermind. Dann... Putze da, wo da die... Ich hier da beschwert. Ja. Mal schnell. Ups. Ja. Zweimal gegen zum Pfoschen geschossen. Wo ist er denn? Ah, da ist. Da. Kann sich wechselpotieren. Ja. Hä? Ist jetzt einfach... Die... Oh. Mal doch. Ja. Chill. Ja, chill. Ganz schön. Aber schon jetzt auch, ne? Nein, ich bin... Der hat mir festgekippt. Mh. Achtung. Ja, er macht 36, wenn ich so einen Eimer... betrifft. Ach. Wunderbar. Was hat er da nicht zu tun? Mh. Au. Und schon kannst du mit der Vampirpräsenz als Diener verpflichten. Ich glaub nicht. Oh, gesniped. Nice. Ja, schon für mich nur lebendiges. Okay. Ja, wir werden dir an dem Sauger. Ja. Nice, nice, nice. Na, du hast das unbefleckte Herzhof genommen. Ja, das kann ich gar nicht mitnüssen. Ja. Es gibt den einfach nur once. Ja. Drop den einfach nur once. Ja. So, was haben wir gekriegt? Äh. Chaos. Unheilig. Haben wir gekriegt. Leichenexplosion. Ah, ja. Ein Knochenhaufen, der bei Ziel explodiert. 140% magischen Schaden verursacht und alle getroffenen für 1,5 Sekunden verlangen. Mhm. War nicht schlecht. Gut, kann man ja, ja. Ja. Und dann machen wir uns auf den Heimweg und aktivieren den nächsten Kollege. Genau. Schauen wir mal, ob wir uns vielleicht währenddessen teleportieren könnten. Ah, ja. Ist gerade zu viel. Ah, ne wird's. Achso, wobei. Sonne wird's gerade nicht. Wir wissen ja nicht, wo's ist. Aber unter uns, links, wir könnten das testen. Aber wir können... Ich hab ganz viele Züge im Hinunter. Achso, ja. Stimmt. Okay. Wir haben Schaden entlang. Aha. Gefährlich. Werden wir jetzt in der richtige Werk? Ja. Hast du gelockert? Ja, einfach geradeaus immer. Wir können da... Wir sind vor einer kleinen Umweg gelaufen. Ich bin dir noch gelaufen. Ja, ich bin da am Blutspur noch gelaufen. Die war halt nicht immer so richtig. Stimmt. Stimmt. Oh ja, nach... Wir sollten... Falls wir mal auf dem Weg gehen, dann ist der viele Prozesse. Wenn es einen Cent gibt, wäre das Club Premium. Ja. Ich bin nämlich fast leer. Nein, ich bin unten schon fast. Ah. Mein Kügele. Ja. Ah. Schatten. Au, 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 au. Ja, wir müssen da eigentlich hochführen. Das ist so ein Mogelbaum. Wo ist eine Gießkanne? Was ist eine Gießkanne? Ja, irgend so was. Du weißt das nicht? Ich bin in eine Sackgasse reingelaufen. Ja, ich weiß das auch nicht mehr. Jetzt bist du. Oh, ist das nicht mehr. Ganz schön falsch. Ja. Hättest man nicht nachlaufen müssen. Wann läufst du? Ja, jetzt da rufen. Da ist richtig, oder? Ja, und jetzt sind wir noch nach dem Weg entlang. Ja, da wäre der Alpha-Wolf wieder. Mittlerweile für so auf dem Berg. So wollen wir mal der beimachen. Weiter bringt man gar nichts. Ja. Jetzt ist schon wieder Nacht. So, ich hoffe ich kann jetzt da bespringen. Ich bin so blöd zum Berg aufzufinden. Oh je. Ah, da. Hals verbaut. Hals zugebaut mit dem Schloss. Äh. Was ist? Äh. Untertitelung des ZDF, 2020